Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Hier halte ich mit dem Luna Glide 4 von Nike ein Modell in den Händen, das seit Jahren auf Erfolgskurs ist. Das namensgebende Lunalon Material, aus dem die Zwischensohle besteht, wurde ursprünglich für die Weltraumforschung entwickelt. Nike erkannte aber das Potenzial dieses Materials für die Verarbeitung in Laufschuhen, da es sehr leicht und formbeständig ist. In diese Zwischensohle integriert ist das Dynamic Support System eine besondere Art der Pronationskontrolle. Diese keilförmige Konstruktion wirkt je nachdem, wie stark der Läufer einknickt, einer Überpronation entgegen. Das macht den Luna Glide 4 für viele Läufertypen laufbar. In einem völlig neuen Design kommt auch das Obermaterial daher. Es ist sehr leicht, fühlt sich weich an und schmiegt sich angenehm an den Fuß an. Ein optisch wie technisches Highlight ist die Schnürung. Sie ist mit separat um den Fuß laufenden Riemen verbunden und gibt dem Fuß so sicheren Halt. Die Fersenspange ist etwas kleiner, aber dafür leichter als bei den Vorgängern und rundet die Passform so optimal ab. Wie angenehm weich das Lunalon Material ist, kann man beim neuen Glide nicht nur sehen, sondern auch fühlen. Der Nike Lunaglide 4. Meine Empfehlung ist, probiert ihn einfach mal an und ihr werdet spüren, wie toll dieser Schuh ist. Und es gibt ihn in vielen Farben, entweder bei uns in den Runners Point Filialen oder hier im Shop unter www.runnerspoint.com. 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 Untertitelung des ZDF, 2020